Danke, dass Sie zu mir her schauen am Vorabend des ersten Adventes. Vielleicht haben Sie den Trailer gesehen, in dem ich angekündigt habe, dass es vier Adventsstationen geben wird. Vier Stationen, an denen ich mit Ihnen im Kontakt sein möchte. Und wir bewegen uns zwischen vier Koordinaten, Nähe und Ferne, Ruhe und Bewegung. Heute der erste Impuls, die erste Station. Es wird Advent. Ich habe ein Bibelwort dabei, Galater 4, Vers 4. Dort heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Zeiten erfüllen sich. Was sind das gerade für Zeiten? Wonach haben Sie jetzt Sehnsucht in der Adventszeit? Möchten Sie zur Ruhe kommen oder wünschen Sie sich Bewegung, Öffnung nach vorn? Es wird uns gerade Ruhe verordnet, nochmal ganz neu, mit neuen Regeln, die ab jetzt gelten. Möchten Sie gern ausbrechen oder sagen Sie gut so, dass wir Zeiten der Ruhe haben? Wie wird diese Adventszeit sein? Was brauchen Sie? Ich bin heute für dieses kleine Video extra in den Meisner Dom gefahren. Weil ich dachte, der Meisner Dom steht ja für die Gründung der Mark Meißen. Letztlich auch für die Gründung oder für den Ausgangsort der Kirche hier. 968 Otto I., Gründung des Bistums Meißen. Der Platz ist für mich für den Moment so etwas wie der Ruhepol schlechthin. Hier ist steingewordene Geschichte. Und hier kann man empfinden, was es bedeutet, in langen Zeitabschnitten zu leben, wo sich scheinbar auch überhaupt nichts tut. Und die Heilsgeschichte, die wir zu Weihnachten feiern, ist auch eine Geschichte, wo es jahrhundertelang gefühlt überhaupt nicht vorwärts ging. Und die Menschen hatten Sehnsucht nach Bewegung und Veränderungen, dass die Ruhe aufgebrochen wird. Es gibt also Zeiten, da passiert nichts. Und es gibt Zeiten, da wird plötzlich etwas angeregt. In der Weihnachtsgeschichte ist das so. Die Sternenkonstellation zeigt an, dass alles von langer Hand vorbereitet ist, dass der Advents- und Weihnachtsstern sich bilden wird durch die Planetenkonstellation. Und zugleich passieren plötzlich Dinge, die die Sache in Bewegung bringen. Plötzlich gibt es einen Schub in der Heilsgeschichte. Gott will Mensch werden. Und dieser Schub beginnt mit einer Störung. Störung des normalen Lebens. Volkszählung ist angesagt. Die Leute müssen sich bewegen. Aber die Störung beginnt ja schon weiter vorn. Ein Kind wird angesagt. Es soll zur Welt kommen. Geboren durch eine Frau, die nicht verheiratet ist. Wir haben manchmal die Vorstellung, wenn Gott wirkt, müsste das gut geordnet sein. Gott wirkt aber sehr gern durch Störungen. Dass das normale Leben plötzlich nicht so weitergeht. Sie ahnen wahrscheinlich, wo ich hin will. Wir haben dieses Jahr eine gestörte Adventszeit. Wir haben Sehnsucht nach Ruhe und müssen uns doch bewegen. Ich möchte Sie bitten, für einen Moment den Gedanken zuzulassen, kann es nicht sein, dass Gott uns diese Störung verordnet, weil er Geschichte mit uns machen möchte. Es ist nicht ganz einfach, eine Störung anzunehmen und auszuhalten. Und wir als Christen können das auch nur dann positiv wandeln, wenn wir glauben, dass Gott nach wie vor der Herr der Lage ist. Vielleicht sogar, dass er das Ganze möchte. Und die Weihnachtsgeschichte ist ein Paradebeispiel dafür. Es wird eine Störung verursacht durch einen Kaiser, der irgendwas vorhat, durch politische Beschlüsse und Verordnungen. Und mitten dadurch geschieht das, was Gott möchte. Also Heilsgeschichte in der Störung. Für mich ist die große Herausforderung gerade jetzt im Advent, vielleicht besonders für den ersten Advent, in diesen Glauben, in dieses Vertrauen hineinzukommen, dass Gott in der Störung der Herr der Geschichte ist, mein Herr ist, der Herr an diesem Land ist. Dann kann ich vielleicht Ja zu den Entwicklungen sagen und kann auch offen werden für das, was bewegt werden soll. Vielleicht in diesen Tagen. Ich möchte diesen Gruß zum ersten Advent mit drei Wünschen für Sie abschließen. Diese Wünsche koppeln sich an Haltungen. Das Erste, ich wünsche Ihnen, dass Sie darauf vertrauen, dass jetzt Gott der Herr der Lage ist. Dass Sie das auf Ihre Weise zum Ausdruck bringen und damit zur Ruhe finden. Das Zweite, ich wünsche Ihnen für die Adventszeit, dass Sie die Dinge tun können und tun, die jetzt möglich und dran sind. Und dass Sie dabei auch auf Ihr Herz hören und das, was Ihnen jetzt möglich ist. Und das Dritte, ich wünsche Ihnen, dass Sie offen sind dafür, dass Gott Sie überraschen kann. Wenn Gott also anders handelt, als wir es oft denken, dann kann es vielleicht auch jetzt zu guten Überraschungen von Gott kommen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten ersten Advent. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!